So, jetzt gehen wir hier einen Gang entlang. Überall die Luftverrohrung. Überall hier. Ah, da hinten auch mein ehemaliges Wendt. Das hört hier nicht auf, Leute der Nation. Boah. Leck mich am Arsch. Und hier riecht es überall noch. Alter. Boah, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Guckt euch das an. Eins, zwei, drei, vier, fünf Rohre. Und überall hängen die Ketten für die Lampen. Die Lampen sind nicht mehr hier. Ich gehe mal davon aus, dass die Polizei die beschlagnahmt hat. Und hier geht es weiter. Nein. Boah. Krass. Allein die Verrohrung. Guckt es euch an. Mein Gott. Und der hat hier drin auch noch gelebt. Also ich kann euch sagen, wenn es Geruchsvideos gäbe, es riecht immer noch nach Cannabis. Und überall findet man dann immer wieder hier. Da auch. Boah. Leck mich am Arsch. Überall. Ja. 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 � Mother.